ich spiele quick bad wars und wir sind mit den guten lukas dabei und der ist schüchtern was zu sagen weil du hast nichts gesagt und er flug schon wieder weil ich hatte immer hier muss ich immer extra rausgehen wieso habe ich so viel spitzhacken hat jemand langweiler egal ein paar spitzhacken kann ja gut killen und nämlich blöcke wie viel ich kann genau die wir bauen und die haben schon durch durchgebaut ja du brauchst zu lange ja super lasse ich nicht hoch bauen wie sie benutzen den ohr Oh blau hört sich schon verreckt Wir benutzen den Ohr Ey komm mit Wir müssen zu dem Gas Echt Ey Sebastian Ich hab dich hier gesehen Ich hab mein Ohr verloren Super und Klugschweißer Nein aber die haben mich runtergekriegt Guck mal so Nein da kommt sie gelb Zu uns Boah ja aber ich hab ne Uhr Gut auch um k k k k ok ok 10 Sekunden habe ich dazu stück ist scheiße bin ich oder danke Rot in Gelb, ist in der Mitte Oh Oh, alle getötet Ah, scheiße Okay, ab 1 Uhr, er baut sich schon hoch Er wollen wir das ist ein Baum Oh, super, nö Wie hat er damit? Pass auf Team Grün Team Grün So Blick runter Ja, beide hab ich Nein Oh man Einen hab ich runter Wow Was ist das denn? Schuss 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 Ich glaube, es ist schon besser Schuss Schuss Ach, zum Faschen Nein, und das Bett ist weg Schack ist Oh nein Leider aber ist er Jetzt haben wir ein Problem Jupp Du, mir musst du das nicht sagen Okay Okay Weg damit Weg mit dem Dreck Aber Uhr brauchen wir jetzt nicht mehr, gell? Nee Lass mal die anderen ausschalten Und Bett, gell? So den hier rüber Aber blau ist weg, gell? Nein Oh, hab ich Glück gehabt Aber jetzt bist du weg Ich bin Lebst du noch? Jo Pass auf, unter dir Unter dir Unter mir Hinter dir Ja, ist klar Achtung Achtung Fuck Nein Hat mich nicht gesehen wahrscheinlich Scheiße, da haben wir verloren Scheiße Aber war schon geil Ja Danke, da ist hin was Aber einer hat den Sprung nicht geschafft Ja, klar Gelb und dann fertig So, Leute Ich werde Ihnen sagen Das war's Und wir sehen uns nächstes Mal Tschüssi Ciao